Die Aussage, die ich jetzt tätige, die würde ich wahrscheinlich verwundern. Ich selbst, ich bin bereits in BASED investiert und möglicherweise war das ein Fehler. Was hat das Ganze jetzt mit dem Pepecoin zu tun? Allerdings wusstest du garantiert nicht, dass wir hier lediglich von einer Kopie sprechen. Haben wir möglicherweise eine Alternative zu Bitensor gefunden? Ein Projekt, was noch komplett am Anfang steht und womöglich 100 oder noch mehr X machen könnte? Ja, das erfährst du im Video und außerdem den Grund, warum du jetzt noch nicht investieren solltest. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Auf unserem Kanal findest du spannende neue Projekte, News zur Aktor in Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, dann lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da und wenn du dich maximal schützen möchtest, wir haben eine 8-Punkte-Checkliste kostenfrei für dich ausgearbeitet. Wie du die bekommst, schau mal in die Description. Bevor wir starten, wir stecken ja ziemlich viel Liebe in diesen Kanal. Daher, wenn dir das Video gefällt, dann gib uns gerne auch einen Daumen hoch. Das soll den Algorithmus beflügeln, also von dem her sind wir immer dankbar dafür. Und natürlich ein Abo darfst du jederzeit da lassen. Wir sprechen heute über Based-AI und was hat das Ganze jetzt mit dem PP-Coin zu tun? Also wir sprechen ja hier definitiv von einem sehr, sehr tiefgründigen AI-Projekt, so viel können wir verraten. Zu dem kommen wir gleich noch. Wir schauen uns jetzt erstmal Based-AI an. Der Hauptnutzen liegt darin, eine Plattform für KI-Modelle zu schaffen, auf der Entwickler ihre trainierten Modelle bereitstellen und Nutzer diese gegen eine Gebühr nutzen können. Wir sprechen hier von dezentraler KI. Somit haben auch kleinere Unternehmen oder Einzelpersonen die Möglichkeiten, auf hochwertige KI-Dienste zuzugreifen, auch wenn sie nicht über große Rechenressourcen verfügen. Darüber hinaus bietet das AI Layer-One-Netzwerk eine erhöhte Sicherheit und Transparenz. Da alle Daten und Berechtigungen auf der Blockchain gespeichert werden, wird die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse verbessert, was gerade bei kritischen Anwendungen wie im Finanzwesen oder in der Medizin von Vorteil ist. Mal ein Beispiel aus dem White Paper zum Thema Healthcare. Als erstes werden verschlüsselte Patientendaten von einem Gesundheitsdienstleister als eine Abfrage an Based-AIs Medical Records Brain versendet. Das Brain führt eine ZKLLM aus. Da kommen wir gleich dazu, was das ist. Weil hier geht es ganz klar um den Datenschutz. Das bedeutet, dass im Vorfeld durch Verschlüsselung die Abfrage selbst verschlüsselt wird. Also das Ergebnis ist, kein Unbefugter hat Zugriff. Soweit so schön, aber jetzt mal zur primären Frage. Was ist denn jetzt ZKLLM? Na ja, wenn wir schon über AI sprechen, dann können wir doch da gleich auch mal nachfragen, weil da bekommen wir bestimmt eine Antwort. Das ist die offizielle Definition von ChatGPD. Im Endeffekt sprechen wir hier von kryptografischen Protokollen, die eine Aussage beweisen können, ohne dabei die zugehörigen Informationen zu veröffentlichen. Das bedeutet unterm Strich mehr Datenschutz und mehr Sicherheit. Zurück zu unserem Beispiel. Bei Punkt 2 verarbeiten die Miner im Based-AI-Netzwerk die verschlüsselte Anfrage. Wichtig zu verstehen ist, dass die Miner komplexe Berechnungen durchführen können, ohne die medizinischen Daten jemals zu entschlüsseln. Somit wird die Privatsphäre geschützt. Wenn die Analyse dann abgeschlossen ist, generiert das ZKLLM Erkenntnisse, wie zum Beispiel empfohlene Behandlungspläne. Am Ende erhält der Gesundheitsdienstleister die verschlüsselten Ergebnisse aus dem Based-AI-Netzwerk. Nur dieser kann die Ergebnisse entschlüsseln und erhält Zugang zu den Behandlungsempfehlungen. Wie gesagt, ist das jetzt nur ein Beispiel aus dem White Paper, aber wir finden das definitiv krass. Am besten vergleichen kann man meiner Meinung nach das Projekt mit Based-AI. Und wenn du dir da den Chart aufrufst, dann wirst du dich als erstes ärgern, wie wir übrigens auch, dass du da nicht schon vor einem Jahr investiert hast. Weil das, was da im Chart abging, das ist schon wirklich beeindruckend. Und das lässt auch darauf zurückführen, wenn jetzt Based-AI nur eine ansatzweise gleiche Entwicklung hinlegen sollte, dann sprechen wir da über ganz viele X, die da möglich sind. Übrigens, an der Stelle kann man auch noch sagen, Community ist da auch noch vorhanden. Da kommen wir aber gleich dazu. Also das Fundament für einen starken Anstieg, der ist definitiv schon mal gegeben. Übrigens, unserer Meinung nach ist ja Community so das Steckenpferd eines jeden Projektes, Evercraft. Evercraft, wollen wir dir einfach nochmal ans Herz legen. Ja, es gab diesen Wallet-Hack. Ja, wir haben auch ein Interview geführt. Aber man muss ganz klar sagen, das Projekt, das hat nicht aufgegeben. Vor allem das Team, das dahinter steht. Die hätten sich da auch komplett zerfleischen können dran, weil die Community natürlich auch erstmal in Aufruhr war. Aber die sind nach wie vor am Start. Und das finden wir persönlich ziemlich cool. Also wenn dich da Näheres interessiert, was das Projekt überhaupt gemacht hat und macht und wieder die aktuelle Entwicklung ist, dann klick dich mal hier rein. Übrigens zeigen wir dir hier bewusst nur Auszüge aus dem White Paper, da das wirklich krass umfangreich und vor allem sehr technisch ist. Also wenn es dich tiefer interessiert, feel free, lese dich hier einfach mal ein. Grundsätzlich sprechen wir hier von einer Layer-1-Blockchain, die auf einer Kombination von Polkadot Substrate und Ethereum EVM basiert. Konsensusmechanismus ist hier Proof-of-Stake. Hier gibt es auch ein Halving. Allerdings ist es nicht wie bei Bitcoin alle vier Jahre, sondern hier sogar jährlich. Und bevor wir jetzt zum Staking kommen, lösen wir erstmal die Frage auf, was das Ganze jetzt eigentlich mit dem Pepecoin zu tun hat. Ich bin mir persönlich sehr sicher, wenn du jetzt nicht erst seit gestern im Cryptospace aktiv bist, dass du ganz klar den Pepecoin kennst. Klar, Hype to the Moon. Allerdings wusstest du garantiert nicht, dass wir hier lediglich von einer Kopie sprechen. Ja, können wir an der Stelle auch offen zugeben, wir auch nicht, bevor wir hier die Recherche gemacht haben. Ursprünglich war Pepecoin der erste Meme-Coin neben Dogecoin im Jahr 2016. Doch das Projekt, das wurde ausgebremst. Und zwar von Bittrex, das ist eine Exchange, die wiederum vom Team forderte, ein Rebranding durchzuführen, wenn sie dort auch gelistet werden wollten. Der Grund? Donald Trump. Und an der Stelle erstmal die ganz klare Botschaft. Wir halten hier uns aus sämtlichen politischen Diskussionen raus. Es geht hier um Krypto, es geht hier darum, wie wir alle gemeinsam viel mehr Geld verdienen können. Deswegen, das ist jetzt eine reine Information und kein politisches Statement. Der liebe Donald, der postete auf jeden Fall ein Pepe-Meme von sich selbst. Als Reaktion hat das Pepecoin-Team Kekdack ins Leben gerufen. Wer das jetzt wieder nicht kennt, wir sprechen hier von der ersten funktionierenden NFT-Marktplatz. Lange vor OpenSea. Also, das jetzt nur mal so am Rande erwähnt. Schließlich wurde dann die Blockchain 2018 einem Hardfork unterzogen. Und am 29. April 2023 folgte der Umzug auf Ethereum. Im Jahr 2023 dann allerdings wurde die ganze Idee, die Geschichte dahinter und sogar das Logo von Pepe gestohlen. Das Team machte jedoch weiter und startete den nächsten Entwicklungsschritt. Und somit herzlich willkommen bei Based AI. So weit, so schön, aber jetzt wirst du dir wahrscheinlich die Frage stellen, okay, aber wie kombiniert man jetzt einen Meme-Coin mit einer hochtechnischen AI? Wir wollen mal ganz kurz mit der Pepecoin-Website starten, weil in der Tat, also ich habe echt heute schmunzeln müssen, wie ich das Ding aufgerufen habe. Also, yo, die Website, die hat mal wirklich was. Respekt an der Stelle auch ans Team, mal einfach sowas Geniales hinzuzaubern. Und auch der Chart sieht definitiv gesund aus. Auch das Market Cap kann sich durchaus sehen lassen, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber jetzt mal zurück zu Based AI. Du hast in der Tat die Möglichkeit, deine Pepecoins zu staken oder sogar zu burnen. Hier siehst du die zwei Möglichkeiten. Und da es jetzt etwas komplizierter wird, bitten wir dich einfach mal, lehn dich zurück und hör erst mal zu. Zum einen kannst du Pepecoins staken. Das ist jetzt noch die leichtere Variante. Wir sprechen hier von einer Menge von 100.000 Stück. Als Rewards erhältst du ein Brain. Und der Zeitraum beläuft sich wiederum auf drei Monate. Variante Nummer zwei. Du burnst deine Pepecoins. Das Ganze startet mit ein Pepecoin für ein Brain Credit. Am Ende dieser Aktion werden ca. 80% aller Pepecoins geburned sein. Also da kann man sich dann auch mal ausrechnen, wie sich das Ganze durchaus im Chart bemerkbar machen könnte. Das war allerdings noch lang nicht alles. Hier steigen nämlich die Preise an. Das bedeutet, immer wenn 1.000 Pepecoins verbrannt wurden, steigt der Preis für 1.000 Brain Credits um 200 Pepecoins an. Und jedes Brain kostet 1.000 Brain Credits. Im ersten Jahr soll dann ein Brain 13.200 Based generieren. Und wenn man jetzt noch weitere Faktoren mit berücksichtigt, dann soll man sogar so ca. zwischen 30.000 und 80.000 Based liegen. Jetzt muss man sagen, die Gap zwischen 30.000 und 80.000 ist schon ziemlich groß. Da wären vielleicht ein paar weitere Informationen durchaus hilfreich. Schon ziemlich umfangreich und durchdacht stellt sich jetzt nur die Frage, wird das Ganze auch wirklich angenommen? Und wenn man das sich hier anschaut, kann man ganz klar sagen, ja. Also derzeit verbrennt man für 1.000 Brain Credits, sagenumwobene, 100.800 Pepecoins. Somit befinden wir uns schon mal in diesem ganzen Burning System schon bei über der Hälfte des kompletten Prozesses. Die Aussage, die ich jetzt tätige, die würde ich wahrscheinlich verwundern. Ich selbst, ich bin bereits in Based investiert und möglicherweise war das ein Fehler. Denn es gibt einen driftigen Grund, warum du jetzt aktuell womöglich noch nicht investieren solltest. Wenn du dir den Chart zum Zeitpunkt der Aufnahme ansiehst, kann man hier keine klare Bodenbildung erkennen. Das Ganze befindet sich derzeit noch in einem Downtrend, das ist ganz klar. Und man kann sich halt klar mit Glück jetzt den Boden in irgendeiner Form erkaufen. Aber auf der anderen Seite kann es halt auch durchaus sein, dass man einen noch deutlich besseren Entry bekommt. In jedem Fall schaut das Market Cap schon sehr attraktiv aus. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, was du über das Projekt denkst. Also wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne schon mal einen Daumen hoch da. Wir hoffen, dass dir das Video auch so weitergeholfen hat und du jetzt mehr Infos hast. Aber schreib dazu gerne mal in die Kommentare, was du denkst. Weil persönlich bin ich der Meinung, dieses Team, das bringt durchaus Know-how mit. Also ist schon seit langer, langer Zeit im Crypto-Kosmos aktiv. Hat auch schon bewiesen, mit sehr viel Durchhaltevermögen durchaus große Projekte hochzustemmen. Da auch entsprechend Community aufzubauen. Also das Grundfundament, das ist schon durchaus gegeben. Und auch die Idee mit dem ganzen Thema AI dezentral ist schon sehr, sehr spannend. Das ist aber an der Stelle logischerweise keine Anlageberatung. Das sind jetzt rein die Fakten. Do your own research. Mach dir eigene Gedanken dazu. Ich investiere mit meinem Geld. Du investierst mit deinem Geld. Und am Ende möchte ich kein Geschrei hören, dass es dann halt, ja, ist aber irgendwie anders gelaufen. Sonst, wenn die Diskussion auch noch ein bisschen weitergehen soll, dann komm gerne in unsere Telegram-Gruppe. Da ist auch der Link in der Description. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.